Ja, weil Rodieros und von Hertha BSC ist von Oranje-Coach Ronald Kühlmann erstmals in den vorläufigen Kader der niederländischen Nationalmannschaft berufen worden. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Damit steht der 20-Jährige im provisorischen Aufgebot für die anstehenden Partien in der Nations League am 16. November gegen Frankreich sowie am 19. November gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ja, weil Rodieros und wechselte im Sommer von Manchester City zu Hertha BSC neben dem Hertha-Profi befindet sich mit Wu Weckhorst vom VfL Wolfsburg ein weiterer Bundesliga-Profi im momentan ein und 30-Spieler umfassenden Kader, den Bonds-Coach Kühlmann noch verkleinern muss. Rodieros und war im vergangenen Sommer von Manchester City zu Hertha gewechselt und erzielte in der laufenden Saison bisher zwei Tore und bereitete drei Treffer vor, mehr zu ja bei Rodieros und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.